Ja, an was denkst du? Sagst du nicht? Na gut. Damit dann ein stilles herzliches Willkommen zu die Sims 4 an die Arbeit. Er will nicht verraten, an wen oder an was er gerade denkt. Nein. Er schweigt. Solange es nichts Schlimmes ist, kann er machen, was er will. So, und er will auch einen Frosch begutachten. So, und er will sich dehnen. Huch, dafür geht er woanders hin. Na, schön. So, was stellen wir denn heute mit unseren Sims so an? Don könnte eigentlich hier weiter pinseln, nachdem er sich gedehnt hat. So, dann kannst du hier fortsetzen. So, sie schläft, er plaudert mit unserem kleinen Marvin, der fleißig hier seine Logik verbessert. Äh. Er ist gerade kokett. Puh. Äh, wie wär's? Äh, kannst du mit spielen. Spiel' ne Runde mit. Äh. 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 Oh, jetzt hat Marvin kein Bock mehr. Dann kannst du auch aufhören und dann kannst du hier, wie du schon wolltest, irgendwas am Grill grillen. Ähm, was nehmen wir denn? Hähnchen grillen. So. Marco wollte vielleicht das Spiel angucken, was jetzt nicht mehr ist. So. Buch veröffentlichen. Aha. Oh. Don hat wieder ein Meisterwerk gemalt. Sehr schön. Ähm. Dann kannst du ja hier, äh, direkt weitermalen. Da läuft gerade jemand weg. Äh, dann bleib du mal kurz stehen. Hier hin. Oh, schade. Äh, gut. Ähm. Irgendjemand. Nee, gut. Dann brechen wir kurz ab. So. Dann kannst du. Ach so. So, Don. Dann kannst du hier noch vormale vorla... gemahlen. So. Es ist schade, dass man jetzt nicht halt durch die Wand gucken kann, ne? Dann könnten wir, äh, Alana beim Schnibbeln, äh, zeichnen. So, wie wär's? Äh, setz dich mal hier hin. Dann kannst du dein Buch da weiterlesen. So, wie, na ja. Nicht grad viel. Dafür, dass es ein Meisterwerk ist. So, jetzt haut der auch wieder ab. Ähm. Er will jetzt Marshmallows. Okay, dann mach mal. Äh, dann öffnen wir kurz mal äh, sein Inventar. So. Und dann kannst du hier, äh, nach Vorlage anfangen. So. Bing. So, und... Da. So. Schön am Feuer. Sehr schön. So, der ist auch... Kannst dich hier mal hinsetzen. Äh, ja. Oh, oh. Oh, Ben and Grabe. Kannst doch noch weiter Marshmallows. Dann kannst du noch mal, äh, anzünden. Ah, jämpft er. Ja, jämpft er. Oh, ach. Der schimpft immer, äh, mit dem Essen. So, dann kannst du Holtheid dazu geben und da auch noch mal. Äh, 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 so, dann kannst du hier, äh, äh, grillen. So. Ach so, jetzt mischt er sich noch ein. Okay. Naja, solange Alana nicht hier ist, ist ja alles okay. Okay. So. Haben wir sonst... Ich guck grad mal. Aber Prinz Mondlicht ist nicht hier. Nur wieder unser Problem. Bär ist hier. Oh, wie das geht. Wie weit seid ihr eigentlich mit unserer Freundschaft? So. Wie weit ist denn Alana mit ihrem Garten? Äh, ja, sieht gut aus. Äh, ich würde sagen, ich verkaufe jetzt mal hier, ähm, ihre, ähm, was ist das jetzt hier? Äh, Heidelbeere. So. Ähm, Heidelbeere. Heidelbeere hier. Dann können wir die hier, äh, auf jeden Fall auch verkaufen. So, Kamille. Äh, da ist das Feuerblatt. Tulpe, Gänseblümchen, Chrysantheme, Glockenblume, Salbei. Gekreuzte Pflanze. Hier ist, ah, Kamille, hier. Gut, dann können wir Kamille wegtun. so, Müllpflanze, ja, ja, ähm, das ist dir, ne? Ja, dann kann das auch weg. Die können auch weg. Ähm, Krissantheme kann auch weg. Äh, die Tulpen können auch erstmal weg. weil die wird jetzt gleich hier wieder, wieder mal alles schön abernten. Karotte. Karotte. So, weg damit. Ähm, Spinat, Tomate, Erdbeere, Brombeere, da ist Müllpflanze, Erdbeere, Kuhpflanze, äh, Spiebeln, so, dann kann das weg. Spinat kann auch weg. Muss sie nämlich auch noch, äh, paar verbessern. Kirsche, ähm, Kochbanane und Birne, Granatapfel, Kochbananen, äh, Ah, hier ist Kirsche. Gut, dann können die, äh, weg. Dann kann das auch hier weg. Die haben wir auch. Äpfel, Bananen, giftiger Holunder. Mal gucken. Feuerblatt, Heidel, ha, schädlicher Holunder. Das ist dann, jetzt wahrscheinlich, gucken wir mal, da ist, ja, giftiger Holunder. Dann weg damit. Zitronen können auch erst mal weg. Die haben wir auch. So, ähm, Holunder, ja, haben wir auch. Äh, da, 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 Löwenmäulchen haben wir auch. Das muss ich noch bestimmen. Ist eine Morsche, das weiß ich schon. Glocken, Blume kann weg. Giftige Kamille haben wir daneben, schätze ich mal. Ja. Brombeeren, weg damit. Ähm, das kann auch weg. Dann haben wir hier, Fangblumen, das ist, glaube ich, hier vorne, das ist der Fangblumenbaum, oder so, ne. Weg damit. So, dann haben wir hier Weintrauben, Erdbeeren, Feuerblatt und Drachenfrucht. Ähm, haben wir schon, gucke ich gerade mal, ähm, Erdbeer, Brombeer, ich glaube, wir haben noch Tomate, wir haben nicht separat, ähm, Erdbeere, ah, doch, da, so, da, dann kann die erstmal weg, na. Okay. So, ähm, das klebt jetzt nur wieder halt so am Mauszeiger dran, okay. So, dann kann sie meinetwegen, jetzt hat sie ja, soweit nix mehr an, äh, Obst und Gemüse, außer die Erdbeeren und die, dann würde ich sagen, kannst du mal ne Runde, ähm, ja, es ist schade, dass man alle einzeln so, äh, anklicken muss. Ähm, gut. Äh, jetzt ist es der Futterapparat, ich glaube es ja nicht. So, gut, ähm, sie braucht auf jeden Fall Spaß, ähm, so, dann würde ich sagen, ähm, sie treffen sich hier, der malt ja noch, so, gut. Dann werden sie nämlich im nächsten Part, äh, das Baby machen, und er wird dann auch mal wieder ins Weltall fliegen, damit er hoffentlich, hoffentlich mal den Stein, äh, besorgt. So, ja, schön, dass du dabei warst, schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss! Tschüss!